Ja, Next Scientists for Future melden sich wieder zu Wort. Unsere heutigen Tagesthemen, Wir 2020 und Corona plus Corona-Ausschuss plus Fridays for Future, letzte Chance für Europa und Deutschland und eigentlich auch für die ganze Welt, statt Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, die der Weg in die Totalzerstörung der Welt wäre. Oder unsere Lebensqualität und Lebensfreude. Ja, so, dann schauen wir doch mal hier. Tagesbild, passt das? Vielleicht können wir das noch ein bisschen tiefer. Ja, ich glaube, so ist es ganz gut, ne? Ja, Tests, Tests sagen gar nichts, gerade eben wie der Bodo Schiffmann gehört. Tests sagen gar nichts. Entscheidend ist doch, ob gestorben wird. Und da haben wir auch den Bias drin, dass meistens nicht gestorben wird, ohne dass irgendwo ein Arzt seine Hand dazwischen im Spiel hatte. Und dann wissen wir immer als Naturwissenschaftler wieder nicht, ob er durch den Arzt getötet wurde oder ob er über das Virus allein getötet wurde. Wir wissen auch gar nichts darüber, ob der Mensch noch jahrelang schön hätte weiterleben können, wenn Corona nicht dabei gewesen wäre. Oder ob er sozusagen, wenn Corona nicht gekommen wäre, nur noch zwei Wochen Leiden gehabt hätte, einen leidvollen Sterbeprozess gehabt hätte. Wir wissen das alles nicht. Und wir wissen, wenn jemand im Intensivbett liegt oder gar beatmet wird, dann wissen wir auch wieder nicht, ob er nur im Intensivbett liegt, weil ein finanziell interessierter Arzt seine Hand dazwischen hatte oder ein sich irrender Arzt, der also sozusagen die vorteilbringenden Irrtümer verinnerlicht hat und das auch wirklich glaubt, dass der Mensch das Intensivbett bräuchte, aber tatsächlich gar nicht. Und genauso bei der Beatmung. Also von daher, ja, also für uns ist eigentlich als Naturwissenschaftler, es gibt ja so die Idee der Kontrollgruppe. Sie müssen einmal eine Studie machen mit etwas, zum Beispiel Deutschland ist ein Land mit Lockdown. Dann müssen Sie das vergleichen mit Ländern ohne Lockdown. Und da haben wir am nächsten dran hier Schweden und Weißrussland. Weißrussland Null-Lockdown. Die neuesten Zahlen liegen unter 800. Also muss man sich mal klar machen. Zehn Millionen Bürger unter 800. Und vielleicht hat Schweden schon viel zu viel Wirbel gemacht rund um Corona, denn die geben jetzt ja ungefähr die so Größenordnung 5700 angebliche Corona-Tote an. Aber all das liegt, wenn man sich mal klar macht, welche Aufmerksamkeit in Schweden auf Corona liegt. In Weißrussland liegt die Aufmerksamkeit geringer auf Corona. Außerdem haben wir dann auch in Weißrussland selber kleine Weißrusslands, nämlich alles Demonstrationen ohne Maske und ohne Abstand. Wo sind bitte jetzt die 120.000 Toten, die jetzt eigentlich die Folge sein sollten von solchen Demonstrationen und Fußballspielen mit Zuschauern und so weiter. Nichts, gar nichts. Ist nichts da. Unter 800 Tote für 10 Millionen Volk. Ja, also wahrscheinlich hat Weißrussland als einziger es richtig gemacht. Schweden schon viel zu viel Prominiorium rund um Corona gemacht. Deswegen haben die vielleicht deswegen 5700 Tote. Aber immer noch ist ein Riesenunterschied zwischen den 120.000 Prognostizierten und den faktischen 5700. Ja, und Deutschland hat sehr viel gemacht, hat die Sache runtergeknüppelt. Ja, hat also faktisch eigentlich fast jedes erkältungskrankheitsbedingte Sterben runtergeknüppelt. Und ja, aber das sagt uns nichts. Nur der Vergleich zwischen Weißrussland und Deutschland sagt uns was. Ja, und Bodo Schiffmann macht leider wieder den Fehler, dass er also da sagt, gelogen und andere Worte benutzt. Das hören natürlich alle Verschwörungstheoretiker des Internets Fernsehens unheimlich gerne. Es führt aber zu nichts, weil niemand, kein Politiker wird bereit sein, mit einem Menschen zu sprechen in einer Talkshow, der ihn als Lügner beschimpft hat. Ja, und das vor allem ohne Beweis, dass es wirklich eine Lüge war und nicht nur ein Irrtum. Ja, und deswegen unsere einzige Chance ist, dass die gesamte Partei Wir 2020 es schafft, Bodo Schiffmann zu überzeugen, zu überzeugen, dass eben es viel besser ist und zum Ziele führt, wenn wir sagen, es geht um einen Systemfehler, der Gefährlichkeits- und Überschätzungsirrtümer am laufenden Bande provoziert und produziert. Ja, das, ja, soviel dazu. Weiter geht's mit den Kurznachrichten. Orcas beginnen Krieg gegen das ungeheuer Mensch. Ja, also irgendwie fallen Orca-Gruppen, also Schwertwahlgruppen, Killerwahlgruppen, Schiffe an. Vielleicht wollen sie die wirklich fressen. Vielleicht haben die Orcas begriffen, dass das, was ihnen so viel Leid und Dreck und Lärm im Meer beschert, dass das das ungeheuer Mensch ist und wollen das einfach mal vernichten. Natürlich haben sie leider keine Chance, aber sie versuchen es wenigstens, so wie die nordamerikanischen Indianer versucht haben, Krieg zu führen gegen das ungeheuer Europäer sozusagen und haben es aber nicht geschafft. Und die Orcas werden es natürlich auch nicht schaffen. Die werden im Zweifelsfall dann einfach abgeknallt. Treibt Deutschland weitere Staaten aus der EU heraus mit ihrem Wir-haben-Platz? Ja, möglicherweise, hat jemand behauptet, dass die Engländer sozusagen ja nur deswegen raus sind aus der EU, weil Deutschland mit ihren extrem kleinen Gehirnen sozusagen, weil man dort sozusagen den entscheidenden Fehler macht, dass man nicht versteht, dass man über Gutes tun nur reden, darf, aber es niemals tatsächlich tun muss, sollte, tun darf. Ja, denn in der Evolution ist es immer so, dass jede Form von Altruismus nur überleben kann, wenn die Person, der ich helfe, irgendwelche Gene und Genetische Programme und so weiter mit mir teilt. Ja, das heißt, mein Programm, helfe anderen, überlebt dann, wenn ich geschädigt bin, weil ich ja den anderen helfe, bin ich geschädigt. Ich verliere Ressourcen, ja, und der andere trägt aber auch die Gene für Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten in sich und der profitiert davon und dadurch gebe ich meine Gene eben in dem anderen mit weiter in die Zukunft. Während wenn jemand über Gutes tun redet, dann ist das gut, weil das ist quasi ein Appell an alle anderen, sich kaputt zu machen, indem sie großzügig sind gegenüber Nichtverwandten. Und dadurch gehen die anderen kaputt und dann gewinne ich Platz dafür, dass ich mit meinem Leute-tut-doch-gutes-Appell sozusagen die anderen, deren Gehirne so klein sind, dass sie nicht kapieren, dass ich sie ja natürlich nur manipuliere, ohne dass mir das selber bewusst ist. Also ich manipuliere also aus einem Gutmenschen-Irrtum heraus und dann sterben sozusagen die anderen, gehen kaputt und ich habe Platz für mich und meine Kinder auf der Erde, ja, und profitiere. Also und Deutschland, mittlerweile hat Deutschland so kleine Gehirne, dass es nicht nur redet davon, Gutes zu tun, sondern auch den Fehler gemacht hat, das auch zu tun. Und dann haben die Engländer natürlich begriffen und die Polen und die Ungarn und so weiter und die Tschechen, die werden das alle immer mehr begreifen, dass ja Europa ein Pool ist. Und wenn die Deutschen die Türen aufmachen für Personen, bei denen nicht klar ist, ob es sich um Genies handelt oder um Idioten handelt, die Genies würden uns nützen und die Idioten würden unsere Volkswirtschaft, die europäische Volkswirtschaft zerstören, ja. Und da die Engländer gesehen haben, ja, nee, die Deutschen, die haben so kleine Gehirne mittlerweile, dass die also nicht nur vom Gutes tun reden als Appell an andere, sondern es auch noch selber tun, dummerweise sozusagen. Dadurch sozusagen, ja, da haben die Engländer gesagt, da müssen wir raus. Das ist ein sinkendes Schiff, dieses kaputtgehende Europa, da lassen wir uns nicht mit runterziehen. Ja, und das werden Ungarn und Österreich und so, die werden das alle auch noch kapieren, sagen, dass sie raus müssen aus Europa, weil Deutschland, die durchschnittlichen Gehirne in Deutschland so klein geworden sind. Ich habe ja erklärt in den letzten Sendungen der letzten Tage, wie genau das alles zustande gekommen ist. Und diese kleinen Gehirne führen dazu, dass die also sozusagen, anstatt nur zu appellieren an andere Gutes zu tun, dass Deutschland das eben jetzt plötzlich selber tut, obwohl es sich um Personen handelt, die ja in sich genetisch gar nicht das Programm zum Gutes tun in sich tragen, sondern nur das Programm eventuell in sich tragen, gute Taten anzunehmen, aber nicht sie selber zu tun. Das heißt, wenn in der Evolution jemand Gutes tut gegenüber jemandem, der das Gehen für das Gute tun gar nicht in sich trägt, dann stirbt mit dem Ruin des Schenkers oder Gebers, stirbt sozusagen das Gehen für Gutes tun oder für Geben aus, weil diejenigen, denen man gibt, das Gehen gar nicht in sich tragen und dieses Programm auch psychisch gar nicht in sich haben eventuell. Und damit würde das Programm verschwinden. Übrig bleiben normalerweise, also in der Evolution immer nur Programme, nachdem dann Deutschland wegen seines zu kleinen Gehirnes dann ausgestorben sein wird, bleiben dann übrig eben wieder nur Programme, also Gene plus geistige Programme, die quasi vom Gutes tun reden, wie beim Greenwashing, viel darüber reden, aber bloß nichts tun, ja, also bloß keine Ressourcen vergeuden, außer an Verwandte, da gilt die Verwandtenselektion, ne, aber das ist das Dilemma. Also, Deutschland senkt mit allen Mitteln den EQ, also auch für ganz Europa. Und denn Deutschland hat mittlerweile so kleine Gehirne, dass alle ihre politischen Maßnahmen weiterhin den Durchschnitts-IQ senken, also die Gehirne kleiner machen. Also, nochmal ganz klar, es ist natürlich so, es gibt keine Eins-zu-Eins-Korrelation zwischen Gehirngröße und IQ und Klugheit und Schulnoten. Alle diese Korrelationen liegen wahrscheinlich höchstens bei 0,7, aber im Durchschnitt ist das kleinere Gehirn auch verbunden mit einem niedrigeren IQ. Und deswegen, für viele Menschen ist es aber einfacher, sich klarzumachen, aha, kleineres Gehirn, dümmerer Mensch, ne, größeres Gehirn, klügerer Mensch, ne. Also, also gut. Und wenn Deutschland seinen eigenen IQ immer weiter aktiv absenkt, dann zieht es ja ganz Europa mit, denn es ist ja ein offener Raum. Und das bedeutet, ja. Und ich hoffe, dass andere dem englischen, britischen Beispiel folgen werden, bevor Deutschland alles zerstört. Es reicht ja, wenn wir kaputt gehen. Es muss ja nicht gleich ganz Europa zurückgehen. Vielleicht müsste es also ein Europa ohne Deutschland geben. Europa ohne Deutschland wäre wohl das Richtige, denn das ist, denn Deutschland ist das, was im Moment Europa am meisten runterzieht. Ja. Und zwar, ich rede hier nicht davon, dass Deutschland im Moment vielleicht noch irgendwie ein bisschen Geld hat oder noch einigermaßen wirtschaftlich dasteht, sondern das, was Deutschland macht, ist viel zentraler. Deutschland verkleinert die durchschnittliche Gehirngröße in Deutschland. Und das wird ganz Europa runterziehen. Wie so ein Mühlstein wird dann Deutschland, ganz Europa, immer weiter schwer beschädigen. Und das ist das Problem. Ja. Kleine Gehirne. Ja. Das ist nicht erkennt. Ja, das noch mal kurz vorlesen. Man darf immer nur den Gutmenschen spielen, aber niemals darf man es wirklich sein. Ja, weil die Evolutionsgesetze es das verbieten. Ja. Jemand, der tatsächlich der Gutmensch ist, ruiniert sich und seine Gruppe und seinen Staat und so weiter. Ja. Also insofern und in der Evolution machen typischerweise Lebewesen mit kleineren Gehirnen. Sozusagen, die verwechseln das. Sie denken, wenn sie den Gutmenschen spielen, müssten sie es auch tun. Während die intelligenten Menschen mit den größeren Gehirnen aktiv den Gutmenschen zuspielen, wie die Firmen, wenn sie Greenwashing spielen. Ja. Aber doch tatsächlich niemals das tun. Denn solange die Marktzwänge bedeuten, dass man mehr verdient sozusagen und wirtschaftlich nur überleben kann, wenn man natürlich die Umwelt kaputt macht, statt sie zu schonen. Ja. Dann deswegen, jeder intelligente Konzern wird deswegen die Umwelt maximal ruinieren, statt sie zu schonen. Wird aber ein Marketingprogramm auflegen, das aus Greenwashing besteht. Wird also so tun, als sei man unheimlich bemüht am Umweltschutz. Aber aus den Marktzwängen heraus darf man das nicht tun. Und deswegen müssen wir ja den freien Markt und die freie Arbeitsteilung beenden. Also FM und FA oder SM, die sadistische soziale Marktwirtschaft sozusagen, beenden. Weil eben genau diese Marktzwänge die logische Folge von freiem Markt sind. Ja. Greenwashing, die haben es begriffen. Grüne Fassade. Damit man hinter dieser grünen Fassade noch mehr Profit machen kann. Das ist der richtige Weg. Ja. In einem kranken System. Deswegen müssen wir das kranke System ändern. Aber doch nicht tatsächlich grün handeln. Dann geht man im jetzigen System pleite. Erst mit unserer Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und anderen Steuerelementen wird man wirtschaftlich der Gewinner sein, wenn man Umweltschutz praktiziert. Ja. Aber doch nicht jetzt. Ja. Und dann die Klugen, ja, die haben es begriffen. Fassade, Entwicklungshilfe. Faktisch gute Geschäfte auf Kosten der dritten Welt machen. Ja, nur so geht es. Und wenn man jetzt anfängt, plötzlich der dritten Welt tatsächlich zu geben, anstatt überwiegend nur zu nehmen, ja, dann geht man kaputt halt. Ja. Und dann würde ja auch und übrig bleiben dann auf der Welt wieder diese Gene. Denn das Programm sozusagen, rede über Gutes und tue es dann auch noch, das Programm stirbt genau mit den Trägern dieses Programmes aus. Während übrig bleiben dann wieder, also weil die Träger dieses Programmes natürlich zu viele Ressourcen verlieren und sie an Leute ihre Ressourcen geben, die dieses Programm gar nicht in sich tragen. Und damit stirbt dieses Programm aus in der Evolution und übrig bleiben wieder Leute mit einem gesunden Programm. Gebe nur Verwandten, auch nur in dem Maße, in dem sie das Programm in sich haben, für Verwandten etwas zu geben, ja. Und ansonsten gebe, spiele immer nur so, als seist du ein gebender, gebefreundlicher Mensch, Mensch, aber tatsächlich nimm nur, ja, weil du nur so überleben kannst, ja. Und im Idealfalle treffen sich dann zwei Gleiche und die machen einen fairen Vertrag, wo das Geben und Nehmen auch für beide Seiten ausgeglichen ist, ja. Aber in der Evolution überlebt immer der, der sozusagen so tut, als sei er gebefreundlich, aber in Wirklichkeit aus dem Geschäft mehr herausholt, als für den anderen dabei dann rausspringt, ja. Und das ist ja das Motto unserer Entwicklungshilfe. Plündere, die dritte Welt, ja. Ja, wir brauchen eine Alternative zum Auto. Ja, Fridays for Future bewegt sich leider wieder, ja, also im naiven Bereich, ja. Ja, sie verstehen überhaupt nicht, was der freie Markt, wie der uns autosüchtig gemacht hat und dass ohne Systemänderung kein Suchtende kommen kann. Also ich erkläre das mal ganz kurz. Automobilindustrie, hier in der Wahrheit, lebt in der Wahrheit und sagt, naja, eigentlich seid doch froh, wenn ihr so wenig wie möglich Auto braucht. Das ist ein chemisches, stinkendes Ding und so weiter. Macht euch alle krank, wenn ihr drin sitzt. Da kriegt ihr die Abgase ab, da kriegt ihr die Plastikchemie ab, ihr verträgt die ganze Welt, ihr habt ein unheimlich großes Risiko zu sterben oder verletzt zu werden. Also vergesst es doch. Und hier haben wir dann aber nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion haben wir hier den ersten sich irrenden Autohändler und der glaubt wirklich, was er sagt. Der glaubt nämlich, ach ja, Autos sind eine ganz tolle Geschichte und so weiter. Das wird euch alles glücklicher machen und wie schön das glitzert und so weiter. Und jetzt kommt aber der zweite entscheidende Irrtum, den man im Kopf hat. Ja, also ja, das ist ein Irrtum, der scheinbar gar nichts damit zu tun hat. Aber durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es auch zu einer solchen Kombination von Irrtümern. Muss es kommen irgendwann, ja. Und der wird der Große, der wird den Riesenerfolg haben, weil der nämlich noch etwas glaubt. Der glaubt, ja, Menschen sind hochaggressive, böse Dinger. Und man sollte, wenn man in einem Wohnhaus wohnt, mit den Nachbarn am besten gar keinen Kontakt haben, denn es wird über kurz oder lang Streit geben und dann werden einem die Nachbarn das Leben zur Hölle machen. Und dieser Irrtum bringt viel mehr als der Irrtum, dass Autos ganz toll und ungefährlich seien. Beide bringen zusammen viel mehr Profit, als wenn er nur den einen Irrtum von beiden glauben würde. Weil nämlich jetzt Folgendes passiert. Die Leute, die ihm glauben und seinen Marketingabteilungen glauben, den Zeitschriften glauben, in denen er inseriert und wo die Journalisten auch die gleiche Meinung haben vom Menschen, da passiert Folgendes. Die Menschen werden jetzt zum Beispiel auch durch Vorbilder in Spielfilmen und so weiter, wo dann vielleicht dieser Autohersteller kostenlos sein Auto zur Verfügung stellt im Sinne eines Product Placements und so weiter. Und da sozusagen kommt die Aussage rüber, habe im gleichen Wohnhaus und bei der Arbeit mit den Kollegen keine näheren Kontakte, denn die Menschen sind böse und irgendwann wirst du es bereuen und die Kollegen werden dir das Leben zur Hölle machen und die Mitbewohner im Haus werden dir das Leben zur Hölle machen. So, und was passiert jetzt? Jetzt werden die Leute viel mehr Auto fahren, weil sie nämlich im eigenen Wohnhaus keine Freunde haben und dann statistisch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zum Beispiel Freunde haben. Der eine wohnt in München, der andere wohnt in Hamburg und da fährt man mal eben schnell hin mit dem Auto. Und dann verdient dieser Autohändler am meisten, dieser Autohersteller am meisten, kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren und wird der Vorfahre von Mercedes, BMW und wie sie alle heißen. Das heißt also, die freie Marktwirtschaft und die freie Arbeitsteilung hat also über diese Mechanismen aus uns Deutschen und aus dem Rest der Welt Autosüchtige gemacht, indem man ihnen die Glücksquellen in der Nähe weggeredet hat und sie dadurch dann dazu veranlasst hat, Glücksquellen nur noch in der Ferne zu suchen, durch Autoreisen zu suchen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt nur hingehe und sage, wir brauchen eine Alternative zum Auto, was soll das bringen? Die Leute sind autosüchtig gemacht worden. Die ganze Automobilindustrie hat alles getan, um das Leben der Menschen im Nachbarschaftsbereich zu zerstören und zu verhindern, ihnen Angst zu machen vor der Nachbarschaft und vor den Kollegen am Arbeitsplatz, damit sie möglichst viel Autos konsumieren. Und natürlich habe ich auch gestern gesagt, natürlich wäre es eine Alternative, dass dann sozusagen selbstfahrende Autos die öffentlichen Verkehrsmittel ersetzen, selbstfahrende Elektro- oder Wasserstoffautos, die dann die eine Fahrgastzelle haben, die immer sich selbst mit Wasser reinigt, sobald der Kunde wieder verlassen hat das Fahrzeug und dann wird das hygienisch sauber gemacht. Aber auch das wird nicht reichen, weil die Leute sozusagen auch autosüchtig gemacht wurden mit dem Auto als Statussymbol, um sich zu präsentieren und so weiter. Ja, und sich zu verlieben in dieses Stück Blech und so weiter. Ja, und also das sind, das erinnert mich an so naive Forderungen wie die von Nico Pech nach dem Degrowth durch Genügsamkeit und Suffizienz und so weiter. Ja, das sind so Appelle, die unterschätzen die Kraft der Sucht. Ja, deswegen erst den freien Markt mithilfe der nextscientistsforfuture.de beenden, dann gucken, dass wir eine andere Mobilität kriegen. Erst die Sucht beenden. Wenn die Sucht beendet ist, werden die Leute nur noch 10% der bisherigen Mobilität überhaupt an den Tag legen. Dann haben wir schon mal 90% Mobilität eingespart. Und wenn wir dann noch solche selbstfahrenden, sich selbstreinigenden Autos zur Verfügung stellen, dann kommen wir mit ganz wenigen Autos, können wir allen Mobilitätsbedürfnissen ruckzuck nachkommen mit einer nochmal um 8% reduzierten sozusagen Umweltbelastung. Und dann haben wir mit 2% der bisherigen Umweltbelastung alle Mobilität abgedeckt. Ja, also aber nur so geht's, ja. Ja. Donald Trump ist sehr vernünftig scheinbar, ja. Denn er wollte bei Corona keine Panik machen, weil er einfach genau verstanden hat, wenn ich Panik mache, erzeuge ich eigentlich noch mehr Tote und noch mehr Schäden und so weiter. Und jetzt andere untersagen jetzt, ah nein, Trump hat mit seinem Nicht-Panik-Machen viele Tote verursacht. Dafür spricht aber gar nichts. Denn in Amerika liegen die angeblichen Corona-Todeszahlen in dem Bereich, in dem sowieso immer durch Atemwegserkrankungen in den USA gestorben wird. Also eigentlich sprechen die Zahlen für nichts Ungewöhnliches, ja. So. Und Trump ist auch sozusagen auch vernünftig beim Klimawandel, ja. Was das jetzt hier heißt, Leingabgalt, ja, das Wort kann ich leider nicht lesen. Kann meine eigene Sauklaue nicht lesen. Also, aber er ist jedenfalls beim Klimawandel vernünftig, damit er redet den einfach erstmal weg. Ja, ist ja auch wieder, das ist wieder das gleiche Motto, ja. Ja, denn bevor ich meine Bürger in den Wahn kommen lasse, dass sie einen Vorreiter, dass USA einen Vorreiter, so wie Deutschland sozusagen, einen Vorreiter, einen Alleingang machen solle, der dann die amerikanische Volkswirtschaft total ruiniert, weil dieser Alleingang bedeutet wieder, ich gebe den anderen viel und zerstöre mich dafür selber, ja. Weil das ist wieder der gleiche Mechanismus, ja. Es ist altruistisch gegenüber Nichtverwandten, ja. Und das führt immer zum Aussterben desjenigen, ja. Und das, so klug ist Trump, dass er erkennt, hoppla, wenn ich das Klimaproblem nicht kleinrede, dann kommen meine Bürger und machen Druck, dass wir den Vorreiter machen, so wie es Deutschland passiert ist. Und dann geben wir Geld aus, kühlen die Erde und der Rest der Welt treibt sich die in die Hände und sagt, ja, jetzt können wir die Erde weiter aufheizen, denn die USA kühlt ja für uns. Das ist ja unser Kühlaggregat, die ruinieren sie sich, so wie die Deutschen sich ruinieren, indem sie kühlen. Und wir andere reiben uns alle die Hände, weil wir brauchen ja nicht mehr zu kühlen. Wir machen dann riesige Gewinne, ja. Und das ist eben der Punkt, ja. Ja, es geht nur, wie die Next Scientists for Future das wollen, Deutschland oder USA in ein Wirtschaftswunderland zu verwandeln, also ganz viel Geld durch Einsparungen zu schaffen, freizuholen, dann den Vorreiter zu machen und dann die Weitergabe der Reformen an die Bedingungen zu knüpfen, dass alle dem weltweiten Emissionshandel beitreten müssen, bevor sie die 20 Reformen bekommen von den Next Scientists for Future. Und allein kriegen sie es nicht hin, da machen sie nur Schrott, denn dafür reichen deren Gehirne nicht aus, um da nicht lauter Fehler einzubauen, ja. Also, das ist der Gang der Dinge. Also das heißt, letztendlich, denn jedes Land, das im Moment ohne die Next Scientists for Future und ohne deren Erzwingung eines weltweiten Emissionshandels und so weiter und ohne diesen Club der Willigen beim Emissionshandel, was sehr verwandt ist, den Überlegungen der Next Scientists for Future, würde die USA eben Dinge machen, die viel kosten? Für nichts, ja. Prof. Sinn hat das ja auch ausgerechnet, er hat ausgerechnet, dass es möglicherweise die Folge davon, dass Deutschland jetzt ohne die Reformen der Next Scientists for Future.de den Vorreiter macht beim Klima, dass dadurch die weltweite CO2-Belastung insgesamt sogar größer wird, weil nämlich jetzt dann die Scheichs Panik bekommen vor dem Ende des Ölzeitalters zu billigeren Preisen noch mehr auf dem Weltmarkt anbieten und überall die Leute jetzt billiger Öl bekommen und Benzin bekommen und dadurch automatisch mehr ausgestoßen wird. Also es ist noch nicht mal so dann, dass also was Deutschland nicht ausstößt, durch die Rest der Welt übernommen wird sozusagen an Ausstoß. Sondern die Rest der Welt stößt viel mehr aus, weil sozusagen der Alleingang Deutschlands eine Provokation für die Scheichs ist, Öl billiger zu verkaufen, bevor der ganze Weltmarkt zusammenbricht für Öl. Ja, und das, ja, das sind die Dinge, aber wie gesagt, das ist alles eine Frage der Gehirngröße und wie gesagt, Deutschland stirbt, es sei denn, letzte Chance sind eben, wie war das hier? Wie ist das mit der letzten Chance? Wir 2020, also unsere letzte Chance ist, dass Bodo Schiffmann von der Restpartei überzeugt wird, wie es ja schon am Laufen ist, dass nur die NextScientistsForFuture.de-Reformen in der Lage sind, die Ursache für die Schweinegrippe und die, ja, also wie war der Satz hier irgendwie, der, die Leute glauben an den Osterhasen, an den Weihnachtsmann, an die Schweinegrippe und an die Corona, super, an das Corona-Killer-Geschichte und so weiter, ja, ja, eben Menschen mit kleinen Gehirnen kann man alles erzählen, ja, und, und, aber das System produziert Schweinegrippe, dass die Systemfehler produzieren Corona-Irrtümer und so weiter, ja, also das muss korrigieren, regiert werden, ja, und der Corona-Ausschuss hat ja Großes geleistet, es waren ja auch der Lehrer Mafü hat über die NextScientistsForFuture.de berichtet und sie bekannt gemacht, die Tatsache, dass ja Uwe Lohse auch zu NextScientistsForFuture.de gehört und so weiter, hat noch wieder für Bekanntheit gesorgt und der Corona-Ausschuss hat mit dem Termin zwölf, den es auf zwei Sendern gibt, Corona-Ausschuss Termin zwölf, ab eine Stunde 47.22 sozusagen, ja, auch für die Bekanntheit gesorgt und jetzt muss es nur noch dazu kommen, dass Corona-Ausschuss und wir 2020 und Fridays for Future sich alle für die 20 Reformen der Next oder mindestens eine große Instanz davon sich ganz knallhart für die 20 Reformen der NextScientistsForFuture entscheidet. Und dann haben wir noch eine letzte Chance für Europa und Deutschland. Ansonsten könnte man eigentlich Europa nur empfehlen, werfen Sie Deutschland raus. Deutschland wird der Mühlstein sein, an dem Europa untergeht. Großbritannien ist deswegen rausgegangen. Die waren wahrscheinlich zu nett, um zu sagen, Deutschland muss raus. Und dann können wir mit den Ungarn können wir gut, mit den Österreichern können wir gut, mit allen können wir gut. Nur die Deutschen sind so, haben so kleine Gehirne, mit denen kann man nicht mehr. Die waren mal gut, aber das ist Geschichte. Die hatten mal große Gehirne, das ist aber lang her, verdammt lang her. Die haben gerade noch 23 Gehirne im Weltrat und bei den NextScientistsForFuture, davon sind auch schon zwei aus Österreich. Also ja, und das ist der letzte Rest an Intelligenz in Deutschland und der Rest, die haben zu kleine Gehirne und da wird nichts mehr. Und da kommen dann so Sachen wie raus, wie von Dr. Markus Krall, nämlich den freien Markt zu erweitern, anstatt ihn zu beenden. Und das ist eben, ich habe ja eben genau erklärt, was in der, ja Leute, also ich habe ja, ich muss ja nicht jede Sendung Millionen Beispiele bringen. Ein Beispiel reicht ja für alle anderen Millionen Beispiele. Ich habe ja genau erklärt, wie freier Markt bezüglich Automobilherstellung zwangsläufig zur Zerstörung des Soziallebens in den Wohnhäusern und an den Arbeitsplätzen führen muss, zwangsläufig. Ja, deswegen müssen wir diese Geisel der Menschheit den freien Markt beenden. Ja, deswegen, damit haben wir auch die Tagesthemen schon mal abgedeckt. Hier können wir uns den Kurznachrichten wieder widmen. Also das ist die letzte Chance für Europa und Deutschland. Und wie gesagt, in den letzten Sendungen habe ich ja gesagt, das wird nichts mehr. Ja, wahrscheinlich müsste Europa Deutschland rauswerfen. Und das wäre die einzige sinnvolle Geschichte. Europa, ich schreibe es gerade mal auf, sollte Deutschland rauswerfen. Denn die Deutschen sind nicht mehr in der Lage, die sind ein Mühlstein, die ruinieren nur noch. Die ruinieren sich selber, sorgen für ein drastisches, drastisches Kleinerwerden der Gehirne in Deutschland. Und das wird dann ganz Europa infizieren und runterziehen und so weiter. Und dann ist Europa kaputt. Und das alles ohne böse Absicht. Niemand davon will das. So ist halt Evolution. Da passieren Dinge ganz ohne böse Absicht. Ja, das Hitler, Adolf Hitler hatte sich nicht gegen Deutschland verschworen. Er hat sie nur faktisch alle umgebracht. Er hat die Juden umgebracht, er hat die Franzosen umgebracht, er hat die ganzen Europäer umgebracht, die Russen umgebracht. Und er hat aber letztendlich in der Summe hat er die Deutschen umgebracht. Das wollte der doch nicht. Der war nur im Irrtum. Ja, der wollte dann sogar am Ende, war er sogar so im Irrtum, dass er gesagt hat, naja gut, wenn sich jetzt gezeigt hat, dass die Deutschen doch nicht über die Herren Menschen sind und doch nicht in der Lage sind, die ganze Welt mal eben zusammenzuschlagen. Wenn die das nicht können, dann sind sie ja gar nicht die Spitze der Evolution. Dann sollen sie ruhig alle verrecken. Dann machen wir jetzt einen Endkampf und da sollen sie alle sterben drin. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass es also Hitler solche Dinge wirklich gedacht haben soll. Ja, aber auch das war wieder nur ein Irrtum. Aber alles, was er gedacht hat, war ein Irrtümer. Ja, weil er wahrscheinlich schon ein viel zu kleines Gehirn hatte. Ja. Er wurde ja eben gewählt, weil auch die Masse der Deutschen schon viel zu kleine Gehirne hatte. Weil sonst hätte man sowas nicht gewählt. Ja. Ja. Wie ich sagte, Gutes... Nee, wie ich sagte, war eine Entsendung darüber. Bill Gates sieht sich eben als Gutmensch. Nee, das war eine Nachricht bei GMX. Er glaubt wirklich seine Irrtümer. Das ist... Er hat keine bösen Absichten. Der staunt, heißt es in dem Artikel, über die Verschwörungstheorien, die sich auf ihn beziehen. Ja. Also weil er sieht sich als als Retter von Millionen von Menschen. Ja. Und deswegen, also von daher, ich habe es die ganze Zeit gesagt, da wird ein Mann beleidigt, der beste Absichten hat und nur sich im Irrtum befindet. Natürlich kann er mit seinem Irrtum Millionen Menschen umbringen. Aber das machen alle, die Irrtümer tragen. Da wir aber mit freiem Markt und freiem Arbeitsteilung ja eine Maschine. Ein Kopierer. Also der freie Markt und die freie Arbeitsteilung, habe ich ja eben gezeigt, ist ein Kopierer von vorteilbringenden Irrtümern. Und deswegen ist ja die Welt... Alle Köpfe sind weltweit voll von Massen an Irrtümern. Weil freier Markt und freie Arbeitsteilung automatisch als Kopierer von oder Multiplikatoren oder Kopierer von vorteilbringenden Irrtümern wirken. Ja. Und deswegen müssen wir ein planwirtschaftliches Schutzdach bauen. Also echte Planwirtschaft statt Pseudoplanwirtschaft. Nämlich mit Wohlfühl, Stimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und anderen Steuerelementen, eben die Wirtschaft zu einem Multiplikator oder Kopierer von dann vorteilbringenden Wahrheiten zu machen. Ja? Okay. Aber ich erzähle es hier, ich rede hier in Deutsch, obwohl ich doch langsam begriffen haben sollte, dass die Gehirne meiner Zuhörer im Durchschnitt zu klein sind. Das sind einige, sind ja immer wieder, kommen ja immer wieder positive Kommentare. Das zeigt mir, da gibt es schon noch, draußen sind da doch noch irgendwo Leute mit großen Gehirnen. Aber die sind die Ausnahme. Die Regel ist, das sind die kleinen Gehirne. Ja? Da war wieder irgendwas, wurde mir so ein Kommentar geschickt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber es war wieder einfach so, irgendjemand mit so einem kleinen Gehirn, der eben meinte, er kann losbeleidigen und so weiter. Ja? Das ist so, wie man das halt bei linkskriminellen Verfassungsfeinden und rechtskriminellen Verfassungsfeinden halt so kennt. Ja? Deswegen ist es ja auch so gefährlich, wenn Bodo Schiffmann und wir 2020 sich nicht deutlich von jeder Verschwörungstheorie distanzieren. Denn jede Verschwörungstheorie ist letztendlich indirekt eine Aufforderung an andere oder wirkt als Aufforderung an andere, die bösen kriminellen Verschwörer, denen Gewalt anzutun. Und das führt nie zu was Gutem. Ja? Also Verschwörungs-, also die Linksradikalen haben ihre Verschwörungstheorie, da ist der Reiche, ist also ein Ausbeuter und ein Mehrwertabschöpfer. Als das wird er beschimpft, als böser Mensch in der Hinsicht. Und die Rechtsextremen, die haben ihre sozusagen revolutionären Tendenzen und beschimpfen dann Menschen mit anderen Sachen. Aber im Prinzip ist es alles das Gleiche. Es sind beides Verschwörungstheorien. Bei denen, bei den Rechten ist es dann eher der böse reiche Jude oder so. Oder der böse reiche Bill Gates. Ja, dann war Professor Kutscherer, hat eine Sendung gebracht und das war immerhin Evolutionsbiologie leid. Also Professor Kutscherer, bitte, Professor Kutscherer, beschäftigen Sie sich mit den NextScientistsForFuture.de. Es ist gut, dass Sie als Professor sagen, dass wir alle lernen müssen, irgendwie auch mal evolutionsbiologisch zu denken und zu fühlen, ja und so weiter. Das ist ja alles richtig. Das ist auch alles selbstverständlich. Aber Sie gehen nicht tief genug. Gehen Sie tiefer. Gehen Sie, werden Sie Mitglied bei den NextScientistsForFuture.de beim Weltrat und da gehören Sie hin. Auch denn bis jetzt könnte man sie so, könnte man sie nicht aufnehmen. Denn das ist keine wirklich hundertprozentige Evolutionsbiologie. Das ist so, das ist der Tiefgang, ja. Evolution. Die Evolution der Gefährlichkeitsüberschätzungen, ja. Also jetzt, ich habe es ja schon tausendmal gezeigt, Professor Kutscherer, ja. Jetzt könnte man also hier ja wieder verdeutlichen, wie das, wie die, dass automatisch Gefährlichkeitsüberschätzungen einen vorteilbringenden Irrtum darstellen unter Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Und natürlich werden die auch wieder kopiert vom Systemfreie Marktwirtschaft und multipliziert und kopiert. Und daher kommt das Problem Corona, ne. Also normale Evolutionsbiologen glauben noch immer viel zu sehr, dass das, was wir hätten, einen ganz gewöhnlichen Normalevolutionsverlauf ist. Natürlich ist immer alles Evolution. Weil es gibt nichts außerhalb Evolution, ja. Aber das, was wir haben, ist der Sonderfall, wie sich die, welche Richtungen Evolution einschlagen kann, unter den Besonderbedingungen von der Erfindung von freiem Tausch, freiem Tauschhandel, freiem Markt und freier Arbeitsteilung. Diese versklaven die Menschheit. Also dieser freie Markt nimmt den Menschen alle Freiheiten weg und lässt ihnen nur noch die Konsumsucht, ja. Und das ist der Hammer, ja. Also und das, wenn man das nicht versteht und die meisten Biologen haben das noch nicht verstanden, ja. Obwohl es Darwin eigentlich schon gesagt hat. Er hat gesagt, das gilt, die Dinge variieren irgendwie und dann greift irgendeine Form der Selektion, die natürliche Selektion, ja. Und damit ist doch klar, was passiert. Wenn Sie freien Markt haben, dann passiert es automatisch, wenn Sie variierende Dinge haben, ja. Dann passiert es automatisch, dass irgendwann ein Irrtum auftaucht vom Automobilhersteller und dann vielleicht noch irgendwann der zweite dazukommt. Und das ist zwangsläufig. Und dann haben Sie eine Automobilindustrie, die letztendlich die Menschen dazu manipuliert, ihr Sozialleben im eigenen Haus aufzugeben und stattdessen mit dem Auto nach Hamburg und nach München zu fahren. Also Autos zu konsumieren. Ja. Und das ist zwangsläufig, ja. Also das ist, das hat Darwin schon, also das steckt in Darwin schon drin. Und 160 Jahre lang hat das die Menschheit nicht verstehen können. Aber wir haben ja zum Glück auf der Welt noch diese 23, also über 20, circa 20 Professoren, Doktoren und so weiter, ja. Ja, also Tagesthema ist beendet. Und jetzt machen wir nur noch die Kurznachrichten fertig, ja. Wir glauben, ja, habe ich doch eben schon gesagt, ja, Weihnachtsmann und so weiter. Warum, und jetzt zum Thema Bonobo-Kommunismus müssen wir uns fragen, warum ist aus ZEG, also Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung bei Belzig und dem anderen Dieter-Duhm-Ableger Tamera in Portugal, warum sind dort nicht daraus nicht 100 ZEGs entstanden, also 100 Kommunen entstanden? Weil sie nicht attraktiv sind, weil ihre Gehirne zu klein sind, um zu verstehen, dass das Problem viel größer ist, nämlich dass freier Markt und freie Arbeitsteilung die Menschen unfähig machen zum Kommunenleben, dass es sehr harte Arbeit erfordern würde, in einer freien Marktgesellschaft sozusagen überhaupt eine glückliche Kommune hinzugehen, denn freier Markt zerstört Glück, damit die Leute konsumsüchtig werden, ja, und zwar ohne böse Absicht, ja, also das ist keine Verschwörung, das sind Mechanismen der Evolution, nicht bewusste Mechanismen der Evolution, sonst nichts. Ja, und dadurch haben all diese Kommunen keine Chance, sich größer zu wehren, also sich auszubreiten und Ableger zu bilden, weil die Menschen dort nicht glücklich genug sind und deswegen bin ich auch nicht dort. Ich brauche nicht ein zweitklassiges, halbwegs verklemmtes Kommunenleben. Ich habe mich ja schon gegen die Frauen entschieden, obwohl ich ja früher sozusagen ganz viele Freundinnen hatte, ganz, ganz viele Freundinnen und so weiter und ein ganz, ja, aber sozusagen das Verhältnis zwischen Aufwand, Flirtaufwand und Flirtarbeit. Gucken Sie sich mal so ein Tier an, wenn das seine Ballstänze macht, was für eine Energieeinsatz, was für eine Arbeit ist, das ist, ja, und dieses, die Tiere machen ja diese Arbeit, um dann glücklich machenden Sex zu haben, ja, und bei uns, bei uns Menschen ist mittlerweile so, dass wir, was weiß ich, zehn Einheiten arbeiten müssen, um dann drittklassigen Sex zu bekommen, also eine Einheit vergnügend zu bekommen, ja, und das rechnet sich nicht mehr. Das ist, die Menschheit ist durch den freien Markt so verklemmt geworden, das rechnet sich heutzutage nicht mehr. Ich habe das noch erleben können, wo wir nach 68, ja, wo, wo wir wirklich noch Spaß am Sex teilweise hatten, da, da war dann vielleicht das Verhältnis 10, Aufwand 10 Punkte, Spaß 8 Punkte, das ging doch noch, ja, das, 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 das ging noch. Aber heutzutage ist ja, gerade wenn Menschen etwas älter werden und ich bin ja auch nicht, nicht, nicht unendlich jünger geworden, ist dann heute, ist mehrheitlich, also je älter die Menschen, da ist das Verhältnis 10 zu 1, also 10 Aufwand, 10 Punkte Aufwand, 1 Punkt Spaß und Glück und, 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 und auch bei den jüngeren Leuten ist mittlerweile längst 10 zu 5, ne, 10 Punkte Aufwand, 5 Punkte Spaß. Ja, das, was die meisten sowieso machen in Liebesbeziehungen heutzutage ist, dass die gemeinsam sich krank fressen oder irgendwelche anderen Suchtkonsum machen, gemeinsam saufen, gemeinsam rauchen, das ist sowieso das, worauf es hinausläuft in in der freien Marktwirtschaft. Ja. Ja, ach so, vielleicht erwähne ich das nochmal ganz kurz für die, die es interessiert. Bitte, liebe Zuhörer, tun Sie auch, retten Sie die Welt, teilen Sie, machen Sie nextscientistsforfuture.de überall bekannt, aber retten Sie sich vor allem auch mal selber, hören Sie auf zu essen, also nicht ganz, aber gehen Sie runter, messen Sie Ihren Bauchumfang, wenn Sie als Frau über 80 liegen, sind Sie auf dem Weg in die Krankheit und zwar Bauchnabelumfang, genau gerade Bauch raushängen lassen und genau um den Bauchnabel rum messen, ne, und ganz schön gerade messen, nicht schief. Und wenn Sie als Mann über 94 Zentimeter liegen und als Frau über 80 Zentimeter, dann sind Sie auf dem Weg in die Krankheit laut AOK, allgemeine Ortskrankenkasse. Ich habe es extra nochmal alles nachgelesen. Und was mache ich jetzt, dass ich unter 94 komme? Denn ich bin ja so groß und schlank, dass die Leute immer sagen, ja, Sie sind ja so super schlank, ja, das ist alles Quatsch. Bauchnabelumfang messen. Da ist die Wahrheit. Da ist das, dieser Wert ist der Wahrheit am nächsten von allen Werten, ne. Absolut wahr wird er auch nicht sein. So, und dann machen Sie einfach Folgendes. Kaufen Sie sich eine Tresor, der nur mit zwei verschiedenen Schlüsseln zu öffnen ist. Oder nehmen Sie eine kleine Wohnung, die Sie noch haben, die abschließbar ist oder sowas und sperren Sie dort alles Essbare, Ihre Geldkarten und Ihr Geld ein. Und wenn Sie so ein anständiger Mensch sind, dass Sie nirgendwo anschreiben lassen würden oder nirgendwo sich Geld leihen würden oder nirgendwo für Geld betteln würden, wenn Sie so ein anständiger Mensch sind, dann reicht das aus. Dann tun Sie alles in den Tresor rein und geben einen der beiden Schlüssel oder den Wohnungsschlüssel oder den Kellerschlüssel oder was auch immer es ist, geben Sie irgendeiner anderen Person, sodass Sie einfach an nichts Essbares rankommen. Und dann sind Sie ruckzuck unter 94 als Mann oder unter 80 als Frau. Und danach gucken Sie dann die Sendungen hier, Weltrat der Weisen Forum googeln. Und da gucken Sie sich dann die Videos an, wo genau erklärt wird, was Sie essen sollten. Nämlich überwiegend ist es Gemüse und Obst, ganz viel davon auch roh und so weiter. Und dann essen Sie und sobald Sie, Sie gucken dann auf der Waage, so 94 Zentimeter, also das bedeutet ungefähr so und so viel Kilo. Und unter 80 Zentimeter für die Frauen bedeutet so und so viel Kilo. Da müssen Sie nicht jeden Tag den Bauchnabel messen, sondern gehen Sie auf die Waage. Sie müssen schon ab und zu den Bauchnabel wieder essen, denn wenn Sie messen, wenn Sie nämlich zu viel Muskulatur verlieren, dann bedeutet das, dass Sie trotzdem noch zu viel Bauchumfang haben können. Aber nur jede Woche einmal den Bauchumfang messen und den Bauchnabelumfang messen. Und jeden Tag können Sie auf die Schnelle sozusagen auf die Waage steigen. Und wenn Sie eben sozusagen schon etwas zu hoch liegen, dann gibt es halt mal dann jetzt nichts zu essen. Ja, und so. Dann versuchen Sie, ob Sie das hin schaffen. Und Sie müssen halt das lernen, was ich auch noch lernen muss. Alle Geschenke Geschenke von Essen sofort in den Mülleimer zu werfen. Ja? So. Also das heißt, denn die sind gut gemeint. Die Leute haben ja keine bösen Absichten. Die meinen es ja gut und schenken einem eine Packung Süßigkeiten, die einen aber dann krank macht und übergewichtig macht und Bauchfett erzeugt. Also machen Sie das Gleiche. Ich beginne wahrscheinlich am Mittwoch beginnt bei mir das Totalfasten und ich höre nicht auf und ich kriege den Schlüssel für die Geldkarte nicht vor, bevor ich nicht bei 93 Zentimeter, also unter 94 Zentimeter bin. Und dann werde ich es auch so machen, dass ich dann immer nur die Geldkarte zur Hand nehme, wo ich also nur ganz kleine Beträge drauf sind. Ja? Und dann kriege ich quasi von den kriege ich nur diese Karte und dann kann ich, habe ich für eine ganze Woche oder so nur fünf Euro fürs Essen zur Verfügung oder zehn Euro. Und wenn das auch noch zu viel ist, dann kriege ich halt nur noch fünf Euro auf die Karte und dann muss ich die ganze Woche mich ernähren von diesen fünf Euro und das wird mir gut tun. Also das sozusagen schaffen, bringen Sie sich in die Situation, als wären Sie so arm, dass Sie gar nicht viel kaufen könnten und kaufen Sie dann von dem Geld, was Sie haben, nur Gemüse, nur ein Kohlrabi oder ein paar Paprika oder ein Obst oder so. Und dann gucken Sie mit der Waage, ob Sie es dann schaffen, unter, also unter Ihren Kilos zu bleiben, beziehungsweise beim Messen. Gucken Sie, dass Sie immer unter 94 bleiben als Mann und als Frau immer unter 80 Zentimeter Bauchnabelumfang. Ja? Retten Sie sich selbst und retten Sie dann parallel dazu. Und alle weiteren Tipps finden Sie unter Weltrat der Weisen Forum. Da ist irgend so was Gesundheitstipps und Neues. Ja? Gucken Sie, studieren Sie das gesamte Forum und dann haben Sie da schon mal, äh, haben Sie, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht Sendungen, die Ihnen genau erklären, was gesundes Leben, wie gesundes Leben geht. Wie? Ja, 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 ja. Genau. Also diese, diese, diese ganzen Kommunen waren eben nicht attraktiv, ne? Und sind nicht attraktiv. Auch für mich nicht. Echte Wissenschaft als Finder vorläufiger handlungsleitender Wahrheiten für Technik und Politik. Also echte Wissenschaft ist in Wahrheit nicht das, was wir heute haben, diese Universitäten voll Pseudowissenschaft und Pseudowissenschaftlern. Das ist, äh, das ist keine echte Wissenschaft. Echte Wissenschaft ist ein Finder von vorläufigen handlungsleitenden Wahrheiten für Technik und Politik. Also gucken wir, die letzten großen technischen Erfindungen kommen überwiegend aus den USA. Die machen also in diese Richtung besser echte Wissenschaft, äh, äh, sozusagen als Europa und Deutschland. Nur in einem sind wir jetzt, äh, die Besten. Also denn Charles Darwin und Alfred Russell Wallace waren Engländer oder Briten. Und die Nächsten nach Darwin in der Wissenschaft, die Nächsten, die überhaupt was Neues rausgefunden haben, sind eben jetzt die Weltrat und die Next Scientist, diese circa 20 Professoren. Also in der Wissenschaft ist Europa und Deutschland insofern noch Weltspitze, aber mit dem gleichen Problem, dass natürlich, äh, der ganze Rest der Welt alles, äh, alles tut, um, äh, so wie bei Darwin, wo man alles getan hat, um 160 Jahre lang bloß nicht zu akzeptieren, äh, dass er recht hat, sozusagen. Und, äh, genau so läuft es jetzt hier wahrscheinlich auch eben, äh, bei den Next Scientist for Future, ja, weil, das ist immer so, die Leute mit den kleineren Gehirnen, äh, sagen immer, ah, nee, die irren sich. Ja, Darwin irrt sich. Ne, 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 das war, glaube ich, auch dieser Kommentar, der irgendwie, der, der letztendlich beleidigend ausgesagt hat, letztendlich gesagt hat, dass Darwin ja ein Spinner sei. Ne, und, ja, so sind die Leute mit den kleinen Gehirnen, ne, das, so sind die halt. Ja, und für Technik ist eben nicht alles, sondern Wissenschaft muss handlungsleitende, vorläufige Wahrheiten auch für die Politik liefern. Und deswegen ist so diese Idee, dass Wissenschaft ja nur falsifizieren könne, ist natürlich falsch. Äh, äh, natürlich haben wir niemals eine absolut endgültige Wahrheit. Aber wir haben eine für richtiges politisches Handeln ausreichende absolute Wahrheit, sozusagen, ja, wenn bestimmte Sicherheiten da sind, wenn, 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 wenn bestimmte Klarheiten da sind, ja. Ja, und denn mehr können ja Menschen eh nicht machen. Es ist immer alles irgendwo vorläufig. Aber trotzdem muss man den Mut haben, sagen, für die jetzige vorläufige Situation sollten es die Politiker als handlungsleitende absolute Wahrheit betrachten, dass sie den freien Markt und die freie Arbeitsteilung mit all diesen Fehlanreizen und den Vorteil bringenden Irrtümern schleunigst beenden sollten, durch zum Beispiel die Wohlfühlstimme. Also, ich habe also im Internet per Zufall heute gefunden, dass also durchaus munter diskutiert wird über Weltrat und durchaus teilweise auch sehr sachlich über Weltrat und nextscientistsforfuture.de diskutiert wird. Also, es tut sich schon was. Also, ich gehe mal davon aus, dass ein Prozent, jeder Hundertste im deutschsprachigen Raum irgendwas gehört hat von Nextscientists, von Weltrat, von News und Talks, von, ja, von all diesen Dingen, die da irgendwie mit zu tun haben. Der eine hat vielleicht von dem einen mal gehört und der andere von dem anderen. Leider nicht alle von allen zusammen. Aber jeder hat irgendwo mal an einem Zipfel von irgendetwas, was gehört, was irgendwie mit den Nextscientists for Future irgendwie assoziiert ist. Ja, und das Dilemma ist halt, dass wir im Moment überall kleine Gehirne neigen halt dazu, zum Aufregen über Einzelereignisse, statt über die systemischen Ursachen nachzudenken und diese zu beheben. Das ist das Dilemma, in dem das Ganze steckt. Ja, der zweite Bonobo mit viel zu kleinem Hirn für freien Markt und freie Arbeitsteilung. Und damit ist gemeint, der zweite Bonobo vor 400.000 Jahren hatte leider zwar ein viel größeres Gehirn, viel größeres Gehirn als der behaarte Bonobo, aber wir, der zweite Bonobo, hatten ein viel zu kleines Gehirn für die geistigen Anforderungen und Rätsel, vor die uns der freie Markt und die freie Arbeitsteilung, also die Erfindung des freien Tauschhandels, uns stellen würde. Und das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Ja. Und wir sehen es ja jetzt auch, die Firma Hähnel schlägt gerade Heckler und Koch aus dem Feld, wenn es um das Sturmgewehr geht. Das ist eben Evolution, ja. Die Firma Heckler und Koch, da haben die Mitarbeiter leider zu kleine Gehirne. Das G36 hat zu oft um die Ecke geschossen, sozusagen. Und jetzt hat die Firma Hähnel ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zustande gebracht. Da müssen es also Leute geben, die etwas größere Gehirne haben. Und jetzt bewegt sich Heckler und Koch Richtung wirtschaftlichen Abstieg, Richtung Aussterben, also wird vielleicht nicht ganz aussterben, aber bewegt sich in diese Richtung. Und Hähnel bewegt sich in Richtung Größer werden und mehr Ableger produzieren, also Ausbreitung. Ja. Das ist Evolution. Also auch in der Wirtschaft gelten, in allem, was mit Menschen zu tun hat und mit Lebewesen zu tun hat, gelten grundsätzlich immer die Evolutionsprinzipien und das Naturgesetz von Variation und Selektion, Mutation und Selektion. Ja. Kleine Gehirne haben dazu geführt, dass Deutschland Vorreiter beim Klima ansatzweise geworden ist, wenn ich so an diese, da war doch dieses EEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz oder so ähnlich, also dass leider tatsächlich Deutschland zum, also zum Beispiel Altmaier äußert sich noch recht vernünftig. Er sagt, wir dürfen bei alledem die Wirtschaftskraft nicht schwächen, ja. Die Frage ist nur, ob sie es nicht trotzdem gemacht haben, ja. Die Frage ist nicht, ob sie nicht doch, anstatt nur darüber zu reden, doch tatsächlich sich zum Vorreiter beim Klimaschutz gemacht haben, ohne das Wirtschaftswunder der Next Scientist for Future, was ein Selbstmordprogramm ist, ja. Also Klimaschutz gibt es nur mit den 20 Reformen der Next Scientist for Future. Alles andere ist Selbstmord. Oder irgendjemand kriegt das Wunder hin, das könnte ja jemand sein, der nicht zu den Next Scientist for Future gehört, der einen weltweiten Emissionshandel hinkriegt. Aber das wäre das Wunder, wenn man das ohne die großen Gehirne der Next Scientist for Future hinkriegt, das wäre sehr erstaunlich. Ja, also noch einmal, um es ganz klar zu machen, reden davon, den Armen zu helfen, ist gut. Aber doch nicht tun, das bedeutet nämlich Aussterben in der Evolution. Ja, und dass Weißrussland wahrscheinlich am klügsten reagiert hat. Ich wäre mal gespannt, ob der Lukaschenko vielleicht ein großes Gehirn hat. Einen großen Kopf hat er ja. Ja, denn er ist wahrscheinlich, er hat die, hier zumindest mal im europäischen Raum, ist er wohl der Einzige, der die richtige Entscheidung gefällt hat. Corona, noch nette mal ignorieren, ja. Bloß nicht beachten, das ist wohl nur ein Spiel der Pharma, wieder so ein Irrtum, so ein Gefährlichkeits-Überschätzungs-Irrtum der Virologen und der Pharmakonzerne, die am Ende dann wieder viele Impfungen verkaufen. Ja, rein zufällig führen deren Irrtümer komischerweise immer zu Milliarden gewinnen. Aber das ist keine böse Absicht, sondern das ist in der Evolution so. Nur die, die die richtigen Irrtümer im Kopf hatten, die richtigen Vorteil bringenden Irrtümer, die wurden überhaupt erst zu großen Pharmakonzernen. Die anderen sind pleite gegangen, ja. Also die Reihenfolge läuft immer so, zuerst ist der Irrtum da und dann kommt der wirtschaftliche Erfolg. Und dann ist es doch klar, dass ohne böse Absicht einfach nur diese Irrtümer weiter abgespult werden. Und die führen immer weiter zu großem wirtschaftlichem Erfolg, ja. Ja. Dann wurde nochmal klargemacht in einer Sendung irgendwie, dass das Geschäft für den einen Milliardärskönig selbstverständlich den anderen schadet. Ja, ich habe es ja oft genug erläutert hier. Ich habe es ja so oft erläutert, ne. Also, lieber Milliardärskönig, das Dilemma ist ja, dass, wenn du Milliarden verdienst, dabei alle anderen Milliardärskönige schwerst geschädigt werden, die 2000 anderen auf der Erde. Und wenn die 2000 anderen ihre Geschäfte machen, wirst du durch diese 2000 anderen, wird dein Leben beschädigt, ja. Und deswegen, lieber Milliardärskönig, müssen wir alle gemeinsam den freien Markt und die freie Arbeitsteilung beenden. Es geht nicht anders, ne. Wir wussten schon vorher, dass Corona eine Gefährlichkeitsüberschätzung sein muss. Woher hatten wir diese prophetischen Fähigkeiten? Warum waren wir die Ersten, die Corona infrage gestellt haben, im Internet, Fernsehen und so weiter? Ja, weil, ich glaube, am 25. Februar haben wir schon gesagt, das stimmt doch alles nicht, ja. Eigentlich wussten wir es schon vorher. Denn warum? Ja, weil wir eben wissen, dass nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion seit ca. 170.000 Jahren sich in der Medizin lauter vorteilbringende Irrtümer angehäuft haben und der Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtum führt dazu, dass man mehr verkaufen kann, ja. Wenn ich so sage, ja, ach nein, also wenn wir jetzt nicht sofort ihren Tumor operieren, sind sie morgen tot, ja. Also Gefährlichkeitsüberschätzung. In Wirklichkeit würde der Mensch noch fünf Monate leben, bevor der Tumor lebensgefährlich würde. Aber durch diese Gefährlichkeitsüberschätzung verkaufe ich natürlich mehr Operationen, weil ich die Leute davon abhalte, es mal mit einer Ernährungsumstellung und einer Lebensstilumstellung zu versuchen, ja. Und ich habe das Geld für die Operation dann morgen schon drin, weil die Operation war dann schon, ja. Und diese, also generell gehören Gefährlichkeitsüberschätzungen als vorteilbringende Irrtümer zum Hauptrepertoire dessen, was man im Studium lernt, im Medizinstudium lernt. Und es ist auch klar, dass dann der durchschnittliche Medizinprofessor sagen wird, das ist ein Killer-Virus. Und von dem, was jemand, ein Arzt sagt, ziehen wir ja immer 90 Prozent ab, weil das wird so ungefähr der Gefährlichkeitsüberschätzungsfaktor sein. Und dann war schon eigentlich von vornherein klar, na ja, mehr als eine kräftige Grippe wird das nicht sein. Der Rest ist Gefährlichkeitsüberschätzungsanteil. Gefährlichkeitsüberschätzungsanteil, ne. Also hätte man uns gefragt, hätten wir gesagt, glauben Sie niemals einer Gefährlichkeitseinschätzung eines Medizin-, Mainstream-Medizinprofessors, glauben Sie, wenn, dann nur den Ausnahmeärzten und Ausnahmepsychologen? Bhakti, Schiffmann, Wodak, Next Scientist for Future, aber glauben Sie nicht anderen, ja. Denn dort müssen Sie immer rechnen mit einem Aufschlag von 90 Prozent oder 10, 20, 30, 50, 100-facher Gefährlichkeitsüberschätzung. Damit müssen Sie rechnen. Und das hätten wir denen ganz klar, Frau Merkel und dem Herrn Spahn, so sagen können. Er hat uns leider nur nicht weder hören wollen, noch gefragt. Ja, ich glaube, das war es schon mal wieder mit der, jetzt, ich muss ja noch eine englische Sendung machen. Ich sollte mal die englischen Sendungen zuerst machen, damit ich dann keine Kraft mehr für die Deutschen habe, denn Deutschland ist ja eh verloren. Was mache ich? Ich muss es umdrehen. In Zukunft werde ich erst die englische Sendung machen und dann die Deutsche, denn Deutschland und Europa sind sowieso schon tot. Sie wissen es nur noch nicht. Da läuft nur noch der Aussterbeprozess. Aussterbeprozess wahrscheinlich unaufhaltsam, egal, was ich hier rede. Tschüssi, bis bald.